hallo liebe zuschauer hier jetzt am letzten tag bin ich mal kurz im fitnessraum ich habe noch Zeit für den Auschecken das ist hier ganz exklusiv mit unserer Karakompanie rein und ich zeige mal kurze Geräte also nicht schlecht hier also gar nicht mal so einfache Geräte sondern etwas besser hier erstmal die Gewichthandeln Laufband Drehfahrrad Crosstrainer dann nochmal ein Drehdraht hier ist noch ein spezielles Gerät mit verschiedenen Übungen hier ist bekannte kenne ich das kennt man auch vom Fitnessstudio nicht ausreichende Maschinengeräte hier und keine einfache sondern würde ich würde sagen sehr gute Geräte hier noch ein Spiegel falls jemand seinen Körper bilden möchte dann kann er sich im Spiegel auch einbilden dass er Muskeln bekommen hat da haben wir noch ein schönes Gewicht Gewichtsstange das sind 12 24 circa 24 das war es und dieses Gerät können wir auch noch Stepper der Mastikball der Mastikmatten meine Waage das ist der Look also richtig schlecht und so kann man nicht machen hier sehr gut top und ausreichend ausreichend helles Licht hat er natürlich jetzt hier in meinem Urlaub keine Zeit her jetzt wird die Schulze geben maximal 2-3 mal das Schwimmbad das war es aber gut jetzt habt ihr euch mal gesehen und ich habe ein Video für euch und ihr habt wieder was vielleicht euch gefällt ok Leute das ist äh mein Name ist Johannes Pontjörg wenn euch das kurze Video gefallen hat aber nehmt mich, liked mich, teilt mich, folgt mir klickt es einfach noch an gebt dann ja ich freue mich über den Klick und denkt wie gesagt dann falls es euch gefällt, gebt ein Like würde mich sehr freuen Ciao Ciao wenn ihr euch auch noch schöne Tage im Hotel oder Pension oder wie immer für ein Wohner ihr Urlaub macht macht das Beste draus hier im Sommer 2024 Ciao Leute bei mir ist es gerade noch der 26. Juli heute letzter Tag heute im Hotel Ciao Leute Ciao Ciao